Wie heißen Sie? Mein Name ist David. Was ist Ihr Geburtsdatum? Mein Geburtsdatum ist 12 Februar 2004. Wo wohnst du? Ich wohne in Punjab. Wo du kommst? Ich komme aus Punjab. Wie viele Mitglieder Sie in Ihrer Familie haben? Ich habe vier Mitglieder in meiner Familie. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich. Was dein Vater macht? Mein Vater ist Arzt. Und was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter ist Hausfrau. Bist du Student oder arbeitest du irgendwo? Nein, ich bin kein Student. Ich arbeite mit einer Organisation, aber ich lerne die deutsche Sprache. Wann du angefangen hast, diese deutsche Sprache zu lernen und warum? Ich habe gerade angefangen und es sind zwei Monate vergangen, weil ich mich in Deutschland niederlassen möchte. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Deutsch, wie gesagt, ich habe gerade diesen Sprachkurs begonnen und ja, ich kann mich ein bisschen mit den Leuten verständigen. Magst du diese Sprache? Ja, ich mag diese Sprache. Es ist schwierig, aber ja auch interessiert. Ich habe immer noch alles umkläischenえ & minute. Ich bin einprassend. Ich bin einpras entities.